Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Einmal nach Herzenslust entspannen, das kann man in bester Weise in der Emser Therme. Im Dezember 2012 eröffnet, bietet die Therme Erholung für Körper und Seele in vielfältigster Form. Die Emser Therme ist ein Thermalbad, wo man sich in verschiedenen Bereichen dem Thema Erholung, Wellness und Gesundheit widmen kann. Wir haben eine sehr grusige Thermenlandschaft, wo man im wertvollen Emser Thermalwasser die verschiedensten Dinge bei verschiedenen Temperaturen genießen kann. Wir haben auch ein Becken, wo man zuerst ein paar Bahnen schwimmen kann, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und dann eben viele verschiedene Temperaturen, die wechselwarmes Baden ermöglichen. Das ist sehr wichtig. Wechselwarmes Baden ist auch in der Sauna möglich. Wir haben eine großzügige Saunalandschaft. Wir haben dann eben, um hinterher die Verspannungen aus den Muskeln rauszukriegen, einen Wellnessbereich, wo der Masseur die Verspannungen aus den Muskeln rausnimmt. Und auch einen Fitnessbereich, wo man zuerst eben so ein bisschen Kardiotraining machen kann, was ja für die meisten von uns eine wichtige Sache ist, weil wir uns im Alltag zu wenig bewegen. Auf 5500 Quadratmetern erlebt der Gast Thermenlandschaft, Saunapark, Wellnessgalerie, Fitnesspanorama und im Restaurant Wellness und Entspannung auf höchstem Niveau. Dazu gehören auch modernste Technik, perfekte Sauberkeit und eine hervorragende Dienstleistung. Eine der besonderen Attraktionen, die Flusssauna. Wir haben hier natürlich auch die wunderschöne Lage direkt an der Lahn, an einem Stauwehr und haben ein schwimmendes Floß gebaut, wo wir darauf zwei große Saunakabinen drauf gemacht haben. Mit direktem Blick aus der Saunakabine auf das Wehr und das ist natürlich ein einmaliges Highlight, was es so noch nicht gibt. Basierend auf den vier Säulen der Entspannung erwartet den Gast ein Erholungskonzept aus Kreislauftraining durch Bewegung, wechselwarmen Badeverfahren körperlicher Erholung, in Wellnessbehandlungen und mentalen Ruhezeiten. Es ist ideal, wenn man zuerst in der Therme war und die Wärme in die Muskeln gekommen ist, dann hinterher die Verspannungen, die man in seinen Muskeln hat, von einem Masseur rausnehmen zu lassen. Das fällt dann viel leichter und da haben wir von Massagekabinen, Kosmetikkabinen und als besonderes Highlight ein Hammam, türkische, zuerst ein Dampfbad und dann anschließend eben die Seitenschaum- und Seifenbürstenmassage. Da haben wir auch ein schönes Kaiserbad, wo man zu zweit das Leben ein bisschen genießen kann. Für den Kurzurlauber aus der Region, den Tagesgast oder den Besucher aus der ferneren Umgebung bietet die Emser Therme ein Rundum-Sorglos-Programm, das den Alltag vergessen lässt und den Menschen fit für die nächsten Ziele und Aktivitäten macht. Entdecke Rheinlan. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rheinlan. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis.